So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon GO. Ich hoffe, das nimmt jetzt auf. Eigentlich ist heute Dienstag, eigentlich hätte ich heute ein Gewinnspiel machen müssen, aber ich bin mir immer noch unsicher. Wir haben was, was jemand möchte, dass das rausgehauen wird. Auf der anderen Seite wollen wir auch eigentlich endlich den Level-40-Account raushauen. Jetzt bin ich mit der, der da ist, immer noch nicht ganz einig. Ich habe da diese Vorstellung, er hat diese Vorstellung. Wir müssen das irgendwie kombinieren. Er ist momentan trotzdem schlecht zu erreichen und es fehlt ein bisschen die Zeit, das wirklich perfekt zu machen. Deswegen, weiß ich noch nicht, haue ich jetzt erstmal dieses Video raus, dann nachher die Spotlight-Stunden. Vielleicht kommt das mit dem Gewinnspiel auch abends noch zusätzlich. Also es ist noch nicht aller Tage gezählt. Mal gucken, wie wir das machen. Jetzt aber erstmal wichtige Infos. Wer gestern dabei war im Chill mit Ramses Livestream, da haben wir ja schon ein bisschen über die fünfte Kampfliga-Saison geredet. Was ist aber neu, ihr wisst, ab heute, ich denke mal heute Abend oder so, wird in der vierten Season nochmal alles komplett freigeschalten. Sprich, ihr könnt also nochmal in der Hyperliga, in der Meisterliga, in der Superliga kämpfen. Am Donnerstag ist, glaube ich, sogar der Flugcup von 18 bis 0 Uhr. Wurde ja auch 50 Mal verschoben. Und ab nächste Woche Montag beginnt dann die fünfte Kampfliga-Saison, wie auch immer. So, was steht denn hier? Was haben wir denn neu hier? Legendäre Pokémon als Belohnung steht schon mal auch mit hier oben in dem fett gedruckten Text dabei. Das ist ja was, was sich viele Leute natürlich gewünscht haben. An Anfang gab es nämlich Legendäre Pokémon als Kampfbelohnung. Dann wurden die komplett rausgenommen. Jetzt scheinen die wohl zumindest für die fünfte Season erstmal wieder zurückzukommen. Die Season geht drei Wochen. Start 9. November. Merkt euch das, tragt euch das ein. Statt einem Ranking-System wird man dieses Mal durch eine gewisse Anzahl von Siegen aufsteigen. Bei der vierten war es ja schon so, dass man Rang 1 bis 9 durch Siege bekommt und dann nur Punkte brauchte für den zehnten. Aber in der fünften ist es so, dass selbst der zehnte Rang nicht durch Punkte, sondern durch bestimmte Anzahl an Siegen möglich ist. Das heißt, Wrestler Pikachu incoming geht, rauskämpft, macht. Ihr habt natürlich nur eine bestimmte Zeit, wenn ihr immerzu verliert, dann schafft ihr es gar nicht. An den vorgegebenen Sets, die ihr spielen könnt, die benötigte Anzahl an Siegen zu erreichen, um genügend zu haben, um Rang 10 zu bekommen. Also eigentlich ist es trotzdem schon wieder fast unmöglich, wenn man kein Profi ist. Aber wenn man Profi ist, dann kann man das auch mit dem Punktesystem. Hm, es werden neue spezielle Regelsets und Cups gespielt. Das ist auf jeden Fall richtig interessant, denn es gibt einen Little Cup vom 9. bis 16. Es sind nur Pokémon erlaubt, die sich nie entwickelt haben, sich aber entwickeln können. Das maximale WP-Limit liegt bei 500 WP. Das verstehe ich nicht. Gut. Wenn ihr das versteht, schreibt es mal in die Kommentare, die sich entwickeln. Also, welche, die nicht entwickelbar sind, fliegen raus, weil die müssen sich entwickeln können, sind aber noch nicht entwickelt worden. Ja, wenn ich das noch nicht entwick... Also, es sind keine Weiterentwicklungen... Du kannst keine Weiterentwicklungen nehmen, selbst wenn du jetzt ein Glurak mit WP-400 noch was hast, kannst du das nicht nehmen, weil das wurde ja schon mal entwickelt, ne? Sprich, ihr könnt also nur kleines Gedöns nehmen und immer nur Ausgangsformen bis 500, aber auch nur welche, die eine Weiterentwicklung haben und nicht welche, die sowieso nicht weiterentwickeln gehen. Wer da also nicht alles entwickelt hat, sondern ein paar Sachen so... Ja gut, da kann ich ja auch alles, was ich hab, nehmen und auf 500 WP hochpushen. Und dann geht das ja auch, also... Wir sind immer mal gespannt beim Little Cup. Da wird es sicherlich dann auch wieder ein paar Tierlisten geben oder ein paar Sachen dazu, damit man weiß, welches Team man am besten nehmen soll. Little Cup klingt auf jeden Fall schon mal interessant. Dann Kando Cup, 16. bis 23. nur Pokémon, die dem Kando-Decks Nummer 1 bis 151 angehören. Das maximale WP-Limit liegt bei 1500. Finde ich schön, Gen 1 sowieso, wie gesagt, meine Lieblings-Gen ist auch die, mit der ich aufgewachsen bin, mit den anderen habe ich nichts am Hut. Jetzt also nur bis 1500 und nur bekannte Gesichter. Macht auf jeden Fall auch Spaß, denke ich mal. Alle coolen Pokémon, die ich jetzt gepusht habe, sind also wieder wertlos. Und der Fang-Cup. Es sind nur Pokémon erlaubt, also vom 23. bis 30., die seit Beginn der 5. Saison gefangen wurden. Mysteriöse Pokémon sind verboten. Das maximale WP-Limit liegt bei 1500. Also alles, was ihr fangt, vom Montag an bis zu diesem Zeitraum, könnt ihr dann nutzen. Der Rest ist gesperrt. Müsst euch da ein Team zusammenfangen, ein Team zusammenstellen. Also das auf jeden Fall auch richtig geniale Bedingungen, um mal einen neuen Schwung in die Bude zu bringen. Legendäre Pokémon, die in legendären Raids erscheinen, werden als Kampf-Liga-Belohnung fangbar sein. Okay, eine Ausnahme in der 5. Season, möglicherweise wegen der verschärften Corona-Lage. Erreicht man mindestens Rang 7 in Saison 5, erhält man am Ende der Saison unter anderem eine Top-Lade-TM nach der Sofort-TM. Also jetzt wieder eine Lade-TM, das wechselt sich wohl immerzu ab. Anders als aber gestern behauptet, ist es also nicht so, dass alle auf Rang 7 starten und nur Rang 8, 9, 10 erreichen müssen. Denn hier steht ja auch dabei, wenn man mindestens Rang 7 erreicht. Das heißt, ihr müsst ja also trotzdem von ganz unten anfangen und bis Rang 7 kommen und Rang 8 und Rang 9 und Rang 10. Aber vielleicht sind ja die Voraussetzungen, die benötigten Siege, die man braucht für den nächsten Rang, ein bisschen runtergeschraubt, wenn ihr nur 3 Wochen Zeit habt. Das werden wir uns natürlich angucken. Gestern stand wie gesagt im Raum, dass alle auf Rang 7 starten und dann diese TM sowieso sicher haben. Aber steht hier jetzt nichts dabei und ich glaube mal dem, was jetzt hier steht und nicht dem, was bei dem anderen stand. Obwohl das andere angeblich offiziell direkt in der App gesagt wurde. Ich kann mich nur nach dem richten, was mir jetzt hier vorliegt. Dann gibt es noch neue Attacken oder Änderungen oder sonst was. Ein Äschern, Feuer, Sofortertage für Galopaton, Nupto, Ho-Oh, Flampivian, Skellabra, Giftstachel, Nitro, Ladung und... Ja gut, das sind 3 Stück, wunderbar. Was sagt ihr zur 5. Season? Freut ihr euch schon auf die 5. Season? Wie sieht es in der 4. Season aus? Obwohl ich diesmal unbedingt Rang 9 erreichen wollte, dümpel ich immer noch bei Rang 7 rum. Weil ich einfach so wenig gezockt habe in der GBL. Ich habe so viele andere Sachen zu tun, dass ich wenig GBL gezockt habe. Aber jetzt mit Rang 10 in der 5. Da muss ich reinklotzen. Ich will unbedingt dieses blöde, süße Wrestler Pikachu haben. Also, freut ihr euch auf die 3 Cups? Was ist euer Lieblingscup? Little Cup? Kando Cup? Funk Cup? Auf welchen freut ihr euch besonders? Ich glaube erstmal, dass der Little Cup wohl am interessantesten ist. Die anderen beiden ähneln sich ja mit 1.500. Aber mit 500, das gab es noch nie. In der Superliga ja auch immer 1.500. Aber mit 500, also das ist sehr speziell. Die meisten werfen kleine Sachen ja eh immer direkt weg. Und behalten nur Level 35er Pokémon. Also das wird ein bisschen verzwickt, glaube ich. Dann geht es weiter. Ein Nachtrag, eine Datamine-Nachtrag zu Level 40+. Denn, das überspringen wir wieder mal alles hier. Maximal-Level. Ich habe mir das selber auch noch nicht durchgelesen. Ich mache das jetzt erst mit euch zusammen. Die Belohnungen, die man für die Level nach Level 40 erhält, wurden bereits vor Monaten in der Datamine entdeckt. Nun wurden diese tatsächlich auch zum Code hinzugefügt, sodass die Belohnung für das jeweilige nächste Level tatsächlich auch erhalten werden kann. Maximal-Level. So, ein neues Maximal-Level wurde nun im Code hinzugefügt mit insgesamt 5 verschleierten Werten, die die Pokémon-Miners bisher noch nicht entziffern konnten. Ausgehend von den Belohnungen müssen wir davon ausgehen, dass Level 50 das neue Maximal-Level für Trainer ist. Sind 10 Level mehr? Okay. Was ich mich natürlich frage, wenn der Trainer 10 Level mehr erreicht, was ist mit den Pokémon? Kann man den dann auch nochmal 10 Level höher pushen? Dann erreichen die ja, keine Ahnung, wie teuer soll das noch werden, die zu pushen? Oder was bringt der Trainer-Level? Du bist dann 50 und ein Pokémon hat aber dasselbe wie jetzt. Dann braucht man die Level ja eigentlich gar nicht mehr. Genauso wie Level 39 und 40 eigentlich auch nur so da waren, da die Pokémon bei Level 38 ja trotzdem schon nach 40 gepusht werden konnten. Die neuen Level-Up-Quests sind Forschungen ähnlich einer Spezialforschung, die dem Spieler das nächste Level freischalten. Wie schon durch offizielle Mitarbeiter wie Matt Slemmen, wie Lemmen, nur mit S, bestätigt, werden Spieler nicht unmittelbar das nächste Level erreichen, wenn die Levelerhöhung freigestaltet wird, sondern jeder Spieler fängt quasi bei 0 an und muss sich zunächst Level 41 verdienen. Ich hoffe aber trotzdem, dass die Punkte irgendwo trotzdem mit reingezählen. Warum hab ich die sonst gesammelt, ne? Dann haben ja die Leute alle recht gehabt, dass ich dumm bin. Quests ohne Storyline. Abgesehen von den Level-Up-Quests wurden ebenfalls eine Non-Nariativ-Story-Quest im Code entdeckt. Frei übersetzt hieß dies so viel wie eine Forschung oder Aufgabe ohne Erzählung. Die Pokémoners vermuten hier also eine Art Spezialforschung ohne Dialoge mit Professor Willow. Storyline-Voraussetzungen. Okay, ist wieder alles verschleiert, weiß man wieder nicht. Sie gehen davon aus, dass es sich hierbei um die Umsetzung der Ankündigung handelt, dass fortan neue Spieler nicht alle Spezialforschungen gleichzeitig erhalten, sondern diese nach und nach freischalten, damit diese nicht überfordert werden. Kennt ihr? Geht rein und seht erstmal 20 verschiedene Spezialforschungen und ihr denkt, was? Neue Quest-Bedingungen? Neue Bedingungen für Forschungen? Ja, okay. Ein Pokémon eines bestimmten Levels erhalten? Die Maximal-WP erreichen? Einen bestimmten Rang in der GBL erreichen? Ein Pokémon auf bestimmte Weise begegnen? GBL-Fotobomb-Rauch? An einer bestimmten Art von Kampf teilnehmen? GBL, Rocket, Trainer und so weiter? Neue Quest-Statistik? Neben der bisherigen Tagesserie, die statistisch festhält, wie viele Tage hintereinander ihr einen Pokestop gedreht habt oder einen Pokémon gefangen habt, gibt es nun zusätzlich eine Statistik, die sich mit dem letzten Zeitfenster befasst. Was genau sich dahinter verbirgt, ist noch nicht klar. Warum lesen wir es eigentlich vor? Ist alles einfach nur neue GBL-Formate. Bedingung, Zeitraum. Pokémon innerhalb eines gewissen Zeitraums? Mhm. Das haben wir ja oben mit Season 5 also gehabt. Bedingung, Level. Nur Pokémon eines vorgegebenen Levels können am Cup teilnehmen. Mhm. Okay. Die GBL-Formate werden ja jetzt schon drei eingeführt in der fünften Season. Also da haben wir ja schon einen kleinen Lichtblick drauf. Dann steht hier was von XL-Bomboms. Wie sich herausstellt, waren XL-Bomboms schon deutlich länger im Code als vermutet, wurden aber bislang nie benutzt oder beachtet. XL-Bomboms können durch Feldforschungen erhalten werden und sind an ein bestimmtes Pokémon gebunden. Es gibt also XL-Taupsy-Bomboms, XL-Dratini-Bomboms und so weiter. Die Bon-Boms können ebenfalls als Belohnung in der GBL und an Pokestops auftauchen. Zumindest sind diese... Naja, ja, ja. Was machen die aber? Mhm. Ach so. Es bestärkt die Vermutung, dass XL-Bomboms dafür vorgesehen sind, um Power-Ups nach Level 40 machen zu können. Toll. Wozu habe ich jetzt diese ganzen dreckigen Bon-Boms immer gesammelt, wenn ich jetzt sowieso andere Bon-Boms brauche, um dann zu pushen? Sonstige Änderungen? Hm, Pokémon Home. Gut, das interessiert uns jetzt eigentlich nicht, was da mit Pokémon Home ist. So, was war jetzt eigentlich interessant daran? Hm, eigentlich nichts. Gut, gehen wir mal zum nächsten Artikel. Denn wir haben jetzt hier einen wichtigen Punkt. Platin-Medaillen. Und das klingt auf jeden Fall richtig fett. Platin-Medaillen. Da stehen jetzt, Ingress als Vorreiter, genau, mögliche Anforderungen. Was, was, wenn ihr das Wort hört, Platin-Medaillen. Wie geht's euch dabei? Sagt ihr, wow, cool, darauf freue ich mich schon. Ungemein. Weil es schon ewig alles auf Gold. Endlich Platin, neue Ziele. Vielleicht habe ich die auch schon alle fertig. Oder vielleicht sehe ich, die muss ich noch machen. Die habe ich schon. Oder sagt ihr, ach, bitte nicht. Ich bin jetzt schon unter Druck gesetzt, da ich nichts auf Gold habe. Jetzt erweitern die das nochmal. Also hier, die von uns hier aufgelisteten Werte sind nicht dem Code entnommen, sondern bislang reine Spekulation. Die Einschätzung beruht auf unseren Erfahrungswerten mit dem Spiel und den Werten, die manche Spieler bereits erreicht haben. Ist alles aufgelistet, aber Platin-Medaillen wurden wohl auch dem Code entnommen. Wann die jetzt kommen und was wirklich die Werte sind, die ihr dann braucht. Wie gesagt, Spekulation. Aber, man sieht zum Beispiel anhand von Jogger. Statt 1000 Kilometer braucht ihr dann 10.000. Kando. Statt 100 Pokémon im Pokédex braucht ihr dann 140 oder 150. 151 gibt es ja. Also das, mehr geht eigentlich nicht. Großartig dann, ne. Sammler statt 2000 Pokémon 20.000 oder 50.000. Was wäre denn jetzt dabei, was mich aber extrem beunruhigen würde? Pokémon entwickeln. Ja, macht man eh mit der Zeit. Eier ausbrühen macht man. Backpacker. Pokéstopps drehen macht man. Ach nee, hier. Angler. 300 große Kabardorffang war für viele also schon ziemlich nervig und anstrengend. Dann müsst ihr 500 große Kabardorffang. Sind nur 200 mehr. Wenn man aber bedenkt, manche spielen schon seit vier Jahren und haben diese 300 immer noch nicht geknackt. Und sollen dann aber nochmal 200 zusätzlich fangen. Also nochmal zwei Drittel von dem, was sie vorher schon nicht erreicht haben. Das kann ein bisschen tricky werden. Kämpferinnen statt 1000 Arena Kämpfe. 10.000 oder 20.000. Kommt mit der Zeit. Wenn ihr immer Arenen macht, ist das sowieso. Oh. Das ist eins, was mich komplett rauswirft. Ast-Trainer. 1000 Mal trainieren. Und dann vielleicht 10.000 Trainingskämpfe. Oder 20.000 Trainingskämpfe. Damals, als es die Funktion gab mit dem Trainieren, habe ich die nicht sonderlich genutzt. Ich musste jedes Mal gucken, dass ich alle Arenen einnehme und mich mal reinsetze. Und dass wenig gelbe Spieler gab, musste ich auch kaum Platz machen für andere. Oder kaum eine Arena war gelb, sodass man sich selbst Platz machen konnte, um die Arena hochzutrainieren, um sich da reinzusetzen. Wer das noch kennt. Deswegen, ich bin so weit entfernt. Ich bin jetzt vielleicht immer noch bei 400 von 1000 oder so. Also das dann erhöhen auf 10.000, 20.000. Never. Und vor allem, viele haben die 1000 damals erreicht und haben sich schön gesondert und gesagt, ja, muss ich nicht machen jetzt, jetzt wo alles behindert ist. Aber gleiche Voraussetzung für alle. Wenn es jetzt erhöht wird, müssen die nochmal 9.000 so machen. Auf diesem buckligen System, wo sie gegen ihre eigenen Trainer kämpfen. Dann Radfratz, 300 auf 500, müsste machbar sein. Denn Pikachu gibt es eh bei jedem Event. 26 incognito, wir haben 28 draus. Okay. Yoto, auch hier mit der Goldmedaille. Kampflegende, 1000 legendäre Raids. Auch erhöht auf 2 bis 5 vielleicht. Macht man. Champion. Ist auch so ein Ding. Es hat auch ewig gebraucht. Ich habe bei der, bei Kampflegende schon über 2000 gehabt. Aber immer noch nicht die 1000 bei den normalen Raids. Äh, was will man auch für normale Raids machen? Ich meine, ich mache jeden Tag meinen täglichen Pass weg. Meistens den 5er Raid. Gibt am meisten Belohnungen und sonst was. Was will ich jetzt? 1000 Mal das und das und das und das. Dafür habe ich eigentlich die kleinen Accounts. Wenn irgendwas als Shiny auch in den Raids ist, mache ich das. Aber da fühlt man sich schon wieder, diese Medaille musst du dir erkaufen sozusagen. Ich lade extra ganz viel Geld auf, damit ich den ganzen Tag mit dem Hauptaccount sinnlos irgendwelche 1er, 2er Raids mache. Also 1er und 3er. 2er gibt es ja nicht mehr. Um die Medaille irgendwann zu haben, weil ich komme sonst nie dazu, andere Raids zu machen, außer 5er. Also mache ich den ganzen Tag nur sinnlose Raids, damit die Medaille irgendwann dann auf Platin ist. Finde ich schade. Ist, ist an sich nicht so cool. Aber vielleicht sollte man die Medaillen dann auch gar nicht mal so wichtig einschätzen. Bären füttern haben wir hier noch. Arenen verteidigen, okay. Höhen, Pokémon, Ranger, Feldforschungen machen eh viele. Drei beste... Hä? Bühnenstar. Drei beste Freunde war schon Gold. Und dann wird es auf 10 bis 20 beste Freunde. Dann Platin. Das ist wohl, glaube ich, die leichteste Medaille, die es überhaupt dann geben würde. Hier 1000 Pokémon tauschen. 10.000, okay. Pilot, statt 1.000.000, 10.000.000. Sino haben wir hier auch. Superliga. 500 bis 1000 Kämpfe. Genauso wie bei Hyperliga, Meisterliga. Wenn ihr viel kämpft, da werdet ihr das bestimmt auch schon haben. Fotobombs. Statt 200 Fotobombs, 500 Fotobombs oder 1000. Ich meine, ich habe jetzt die Fotobombs endlich fertig. Es hat auch ewig gedauert. Ich hoffe, es gibt noch weitere viele Events, wo man das so machen kann. Einfach Fotobomb, Fotobomb hier, Fotobomb da, Fotobomb jenes. Blablabla. Dass das auch von alleine kommt und man sich nicht mit diesem Farbigel beschäftigen muss. Denn das ist wirklich nervig. Die nächste lasse ich kurz aus. Held. 10.000 besiegte Rübel. Das sind einige ja schon gut auf dem Weg dahin. Einmal auch hier 150 Pokémon oder so statt 100. Aber was mir hier noch sauber aufstößt. Erlöser. Erlöse 500 Krypto-Pokémon. Das ist auch was. Ich erlöse eigentlich immer nur Tausender. Jetzt habe ich geschworen. Ich erlöse Tausender und Dreitausender. Damit ich eben mal vorankomme bei der Medaille. Aber an sich ist das komplett sinnlos Staubverschwendung. Einfach nur. Ihr erlöst alles und jedes. Gebt Unmengen an Staub aus. Einfach nur, damit ihr die Medaille irgendwann mal auf Gold habt. Und dann wird die vielleicht erhöht von 500 auf 5000. Wie krank ist das denn? Also das finde ich sogar noch schlimmer. Das finde ich noch schlimmer als die Trainingsmedaille. Und noch schlimmer als die Championmedaille. Denn selbst wenn ihr Raids macht. Ihr kriegt ja wenigstens ein Pokémon dafür. Ihr kriegt wenigstens Belohnungen dafür. Ihr könnt trotzdem mit dem Hauptaccount auf Shinyjagd gehen. Ihr müsst das nicht mit dem Kleinen machen. Wenn da bei irgendwelchen Events was ist. Aber dieses reine stumpfe Erlösen. Das ist in dem Sinne kostenlos. Nicht wie Raidpässe. Aber es verbrät euren ganzen Sternenstaub. Und das finde ich eigentlich am schlimmsten und am heftigsten. Was haltet ihr von Platinmedaillen? Freut ihr euch? Jetzt wo ihr das gehört habt. Und mal so kurz eine Übersicht hattet. Und was findet ihr am schlimmsten? Stimmt ihr mir zu? Ist die Erlösenmedaille einfach dann die dümmste die es gibt? Zusammen mit Champion. Was jetzt nicht unbedingt dumm ist. Weil viele die schaffen eh keine Fünfer Raids. Die chillen bei sich und machen sowieso jeden Tag zwei, drei kleinere Raids. Und haben deswegen bei Champion mehr als bei der Legendären drauf. Und ja trainieren vielleicht noch dumm. Oder welche Medaille findet ihr am schwierigsten? Wenn es um Platinmedaillen geht. Und dann haben wir noch einen Punkt, der für mich der interessanteste auch ist. Was viele ja bemängelt haben, dass die Megaentwicklungen nicht permanent sind und sich wieder zurückentwickeln. Permanente Megaentwicklungen aus der neuesten Data Mine. Was ist da? Wir überspringen schon wieder alles. Der Nebel lichtet sich. In den letzten Monaten hat Neyentwick den Code der Pokemon Go App immer wieder verschleiert oder vernebelt. Je nach Übersetzung des Wortes Obfuscated. Dabei handelt es sich um eine Methode Codezeilen unkenntlich zu machen. Mhm. Mhm. Fakt ist, dass die Pokemoners nun ungestört auf etwa ein halbes Jahr Code zurückblicken können, um diesen zu analysieren. Dies bedeutet, dass wir höchstwahrscheinlich nach dieser Data Mine noch wenige weitere Berichte erhalten werden, die weitaus tiefer in die Materie gehen. Permanente Megaentwicklungen. Wieso habe ich nicht direkt hier angefangen? Die Megaentwicklungen sind im Code zunächst unter der Kategorie temporäre Entwicklungen eingegliedert. Laut Code können diese temporären Entwicklungen künftig gesichert werden. Locked könnte hier jedoch auch gesperrt heißen, was jedoch eher unwahrscheinlich ist, da dies üblich als deaktiviert im Code hinterlegt wird. Die nächste Textzeile ist hingegen eindeutig. So heißt es schlicht, mach temporäre Entwicklung permanent. Noch wissen wir nicht, ob und wie dieses Feature im Spiel implementiert werden könnte, doch es scheint, als ob Megaentwicklungen künftig dauerhaft bestehen können. Und das ist doch richtig cool, denn man hat sich erfreut an diesen fetten, brutalen Pokemon. Und dann nach vier Stunden waren die wieder weg. Gut, jetzt mittlerweile halten die ja glaube ich acht Stunden und dann waren die wieder weg. Aber was bringt es euch jedes Mal wieder neu entwickeln, neu entwickeln, neu entwickeln? Gut, die Frage ist, wie kriegt ihr dann die Medaille voll, wenn ihr 500 Pokemon Megaentwickeln sollt und eins, was ihr schon Megaentwickelt habt, dann nicht mehr Megaentwickeln könnt, weil das Megaentwickelt bleibt? Dann müsst ihr ja immer wieder ein ganz neues Irgendeins suchen und teuer Megaentwickeln mit Megaenergie. Anstatt dass, verstehst du, ne? Vielleicht muss man das auch füttern mit Megaenergie, dass das Mega bleibt. Aber dann kriegt ihr ja trotzdem die Medaille mit den 500 Megaentwicklungen nicht voll. Als wenn das, es entwickelt sich, es schrumpft, ihr entwickelt es wieder, es schrumpft, ihr entwickelt es wieder, es schrumpft und das so lange, 500 Mal, bis ihr die Medaille habt. Wenn das sich aber entwickelt und bleibt, dann denkt ihr, hey Junge, was ist los mit dir? Komm zurück. Das ist also auch Raum für Spekulation. Ich glaube aber, die Freude darüber, Mega-Pokemon wirklich permanent auf der Hand zu haben, ist einfach viel größer und wichtiger als so eine lumpige Medaille, oder? Dann scheißt auf die Medaille, obwohl meiner Meinung nach das irgendwie sich wieder gegenseitig blockiert. Mega-Freunde, wir können bereits sehen, welcher der Freunde in unserer Freundesliste online ist. Und wie der Jentic bereits angekündigt hat, soll man künftig auch sehen können, welcher der Freunde eine Megaentwicklung aktiviert hat. Das ist ja auch aber wieder komisch. So wisst ihr, der hat gerade eine Megaentwicklung aktiviert. Zack. Wenn Megaentwicklungen dann aber dauerhaft sein können, dann müsste ja bei jedem so ein Zeichen dran sein, weil der halt irgendeine in seinem Beutel rumfliegen hat. Dann wäre dieses Feature ja auch schon wieder sinnlos, oder nicht? Bleiben wir gespannt, wie es umgesetzt wird. Megaentwicklungen in PvP. Na, Jentic hat den Code einer Art Schalter eingebaut, der es ermöglicht, Megaentwicklungen in PvP Primär-Go-Battle-League freizuschalten. Bitte nicht, da blicke ich noch weniger durch. Noch sind die Megaentwicklungen in der Go-Battle-League nicht erlaubt, aber grundsätzlich hat eine Jentic nun die Möglichkeit, dieses per Knopfdruck zu ändern. Da freut sich wieder der ein oder andere. XL-Bomboms. Erste Infos wurden bereits in der Dada-Mine-Version blablabla entdeckt. Wir wissen bereits, dass man die XL-Bomboms möglicherweise als Belohnung für Raids oder Quests erhalten kann. Außerdem kann man die XL-Bomboms auf folgendem Wege erhalten. Beim Füttern von Pokémon in Arenen. Beim Übertragen eines Pokémon auf Pokémon Home. Ja, da bin ich ja schon wieder am Arsch. Somit gibt es tatsächlich einen Grund, Pokémon auf Pokémon Home zu übertragen. Selbst für die Spieler, die ausschließlich Pokémon Go spielen. Denn bisher war es ja eigentlich sinnlos, wenn man nur Pokémon Go spielt und ihr könnt eure Pokémon dahin schicken und dann sind die dort und ihr kriegt die nie wieder zurück und ihr könnt auch von dort nichts auf Pokémon Go tauschen, holen, traden. Warum sollte ich dann Pokémon Home nutzen? Jetzt ködern die euch mit ihren dreckigen XL-Bomboms, dass ihr eure verschmierten Pokémon dahin schickt, nur um das Home zu nutzen. Also fühlt sich für mich irgendwie falsch an. Keine Ahnung. Ist noch nicht komplett entschlüsselt. Viele Einzelheiten sind noch ohne Zusammenhang. Wir wissen bereits, dass man Energie benötigt, um ein Pokémon mit dem Transporter auf Pokémon Home zu übertragen. Wir wissen ebenfalls, dass diese Energie erst gesammelt werden muss oder durch Pokémon-Münzen zugekauft werden muss. Ihr gebt also Pokémon-Münzen aus, damit ihr ein Pokémon von Pokémon Go an Pokémon Home übertragen könnt, damit ihr vielleicht ein XL-Bombom bekommt, damit ihr ein Pokémon bei Pokémon Go mit dem XL-Bombom dann pushen könnt. Also... Das klingt schon wieder nach Pay-to-Win. Also nicht... Ja, aber das... Macht es halt noch komplizierter und noch ekliger. Wie es scheint, lädt sich der Transporter pro Stunde einmal voll mit Energie. Achso, da kannst du einmal pro Stunde dein Pokémon wegschmeißen und dann... Die Energiekosten sind im Code unterteilt in Basiskosten und zusätzliche Kosten, die nach Wettkampfpunkten des Pokémon anders ausfallen. Unterschieden wird hier zwischen Basis 0 bis 1000, 1001 bis 2000, 2001 bis so und endlich. Welchen Sinn und Zweck diese Unterscheidung hat, können wir aktuell nicht sagen. Auch die tatsächlichen Kosten sind uns nicht bekannt. Optionale und Pflicht-Quests? Die Pokémon-Modern sind hier nicht einig, was dieser Fund genau bedeutet. Zunächst vermutet man jedoch einen Zusammenhang mit den Story-Quests und den Quests ohne Story, welche mit der Level-Erhöhung zusammenhängen könnten. Okay, überspringen wir das. Ungeöffnete Geschenke. In diesem Teil des Codes werden ungeöffnete und nicht verschickte Geschenke gezählt. Eventuell wird das Geschenkssystem bald überarbeitet. Juhu! Das wäre auf jeden Fall auch interessant. Aber ich hoffe, sie machen es nicht schlechter, als es ist, weil eigentlich ist es ganz in Ordnung. Obwohl der Isbo immer gesagt hat, der wünscht sich so einen Button, wo man auf alle Geschenke öffnen drückt und dann macht das einfach alle Geschenke auf von jedem. Und dann drückt man auf alle Geschenke verschicken und dann verschickt das einfach an alle. Und ich sage, wie willst du das machen, wenn du nur 20 öffnen kannst und hast 60 Geschenke? Wie legst du dann fest, von wem du öffnest und von wem nicht? Das ist mega. Hauptsache, die sind auf. Okay, die permanente Mega-Entwicklung sind wohl mit Abstand der größte Fund dieser Dada Mind. Nein, gleichermaßen wirft das doch viele weitere Fragen auf. Warum plötzlich doch permanent? Werden alle oder nur manche Entwicklungen permanent sein können? Was kostet es? Wir bleiben gespannt, welche Änderungen letztendlich tatsächlich im Spiel umgesetzt werden. Boom! Jetzt habe ich schon fast eine halbe Stunde diese schöne, nette Folge für euch hier aufgenommen. Trotzdem viele interessante Sachen dabei. Statt einem Gewinnspiel, was alle interessieren würde, einfach nur ein paar Infos, ein paar Fakten, ein bisschen Talk über aktuelle Sachen. Aber mich würde eure Meinung trotzdem interessieren. Wer das ganz geschaut hat, kann ja mal Pika Pikachu in die Kommentare schreiben. Pika Pikachu! Und dann, weiß ich nicht, weiß ich auf jeden Fall, dass ihr cool seid. Das war es jetzt auf jeden Fall. Auf was freut ihr euch am meisten? Platin-Medaillen, Mega-Entwicklungen permanent, die neuen GBL-Sachen, diese besonderen Cups oder so. Also ihr seht, Pokémon, es geht immer weiter, es wird nie langweilig. Das war es von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal bis dahin. Peace out, vorhaut euer Ramses.